Leute, 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 in diesem Video bin ich ein bisschen verplant und so war ich nämlich für One Take und so weiter. Ich will aber auch gar nicht so lange drum herum fackeln tun. Ja, viel Spaß. Apropos bin ich heute mal besonders like, deswegen wäre es mega mega sick, wenn wir heute mal die 120 Likes knacken würden, also. Kilian hält der Maul. Ich hab den Bild schon mal benutzt, aber egal. Ich hab mich noch mal raus, weil ich nichts besseres hab und danach seht ihr noch irgendwas unter cool oder so, irgendwas unwichtiges. Und ähm, zwar, Leute, möchte ich heute einfach mal über irgendeine Scheiße reden und zwar ist es ein Lückenfuller Video. Ich hab auf dem Apokalypto-Clown gerade ein Video hochgeladen. Wenn ihr das noch nicht gesehen habt, geht ihr jetzt in die Beschreibung, erster Link und schaut euch das an. Das ist eines meiner besten Videos zurzeit. Ich finde, das ist mega lustig geworden und in lauter Kommentaren ist es doch mega lustig geworden. Also wenn ihr mal jetzt richtig Bock habt, um ein bisschen zu lachen, hoffe ich auf jeden Fall, dass mein Video euch weiterhelfen kann. Erster Link in der Beschreibung, würde mich mega freuen. Und übrigens abonniert mal den Apokalypto-Clown, falls ihr es nicht getan habt, weil da werden coole Zeiten auf euch zukommen, denke ich auf jeden Fall. Als wenn es hier irgendjemanden interessiert. Ja, Leute, was hab ich mir jetzt abgehakt? Ansonsten, ja, wie gesagt, das ist ein Lückenfuller-Video, Leute. Ich glaub, das eine Gameplay ist schon zu Ende, war auch immer mega sick früher auf dem PC. Ich bin auch grad ein bisschen am Suchten wieder auf der Black... Auf der Black Ops 3, alles klar. Auf der PS3, auf der... Ah, ich bin absolut behindert. Aber ich bin grad wieder ein bisschen am Suchten auf der PS4 und hoffe, dass ich in Zukunft mal wieder ein paar Live-Gameplays erspielen kann. Ansonsten weiß ich auch nicht mehr, was ich sagen soll, Leute. Das freut mich auf jeden Fall mega. Ich streame mir auch bestimmt wieder ein bisschen am Wochenende und schnauze mal vorbei. Wie gesagt, das ist ein mega heftiges Lückenfuller-Video. Tut mir mega leid, aber ich dachte mir, meine Stimme solltet ihr nicht vergessen. Und lasst ein Like da für dieses Gameplay im Hintergrund. Wird mich auf jeden Fall mega freuen. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Das war's heute leider schon. Aber, Leute, ich werd mir ein bisschen nicht so lang... Digga, ich bin manchmal echt zu dumm, um zu reden. Ich werd mir nicht so viel Zeit lassen bis zum nächsten Video. Also, zwei, drei Tage könnt ihr warten, aber ich denke mir, dann kommt was. Also, so am Dienstag Mittwoch verspreche ich hoch und heilig. Wenn nicht, dann... Ja, dann nicht. Hau rein, wir sehen uns. Bis bald.